Ich habe den ganzen Tag überlegt, was heute mal zum Abendbrot machen könnte und habe mich dann für einen Helmut Blumenkohl-Schnitzel entschieden. Dazu brauchen wir, wie der Name schon sagt, Blumenkohl schneidet unten den Strunk raus und schneidet den so in Scheiben. Das funktioniert übrigens nur in der Mitte, der Rest fällt einfach aus dem Nannerl, aber das habe ich trotzdem aufgehoben und mitverwendet. Das ganze Gelumpe für ein paar Minuten in kochendes Wasser, also auch diese einzelnen Schnitzel, auch wenn es nur vier Stück in meinem Fall waren. Danach habe ich die rausgenommen, auf ein Brett gelegt und den Rest schon mal mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann natürlich auch noch diese Blumenkohl-Schnitzel gewürzt mit Salz und Pfeffer von Betenseiten. Und dann läuft das eigentlich ab wie beim Normalschnitzel, man zieht es durchs Ei, dann durch die Sägespäne und dann kommt es in die Pfanne, aber vorher kommt natürlich ein Klecks Öl rein, in dem Fall ein bisschen mehr und dann das Schnitzel. Also man kann ja sagen, was man will, panierter Blumenkohl ist ja so oder so geil. So sahen die Blumenkohl-Schnitzel bei mir hinterher aus, den Rest musste ich natürlich auch noch verarbeiten, also alles ins Ei reingeschmissen, dann in die Schüssel ein bisschen rumgeschüttelt und dann in die Pfanne gehauen, um das Ganze noch mit anzubraten. Jetzt war natürlich nur noch die Frage, wie esse ich das Ding? Also habe ich mir Brot angebraten, habe da das Ding draufgeschmissen, habe da ein Ei drüber gezogen, so könnte ich eh alles essen. Ich sage euch, die Geschmackszusammensetzung ist wirklich gut, probiert das aus und macht vor allem das Plusrot und das Herz weg. Tschüss.